Hallo, Teil 20 der Diät Eis mit Reis. Heute Reis und Eis. So hast du Reis bestimmt noch nie gegessen. Das sind Reisfandkuchen. Das herkömmliche Mehl ersetzt du durch Reismehl, dir Eier durch Apfelmus. Liebeserklärung Was bleibt mir übrig, als dich zu lieben? Hast den bösen Geist in mir vertrieben. Hast das Gut in mir geweckt, hat sich all die Jahre in mir versteckt. Du bist die gute Seele der Natur, holst das Beste aus mir hervor. Bist von Gott allein geschaffen, stammst bestimmt nicht ab vom Affen. Du musst ein Engel sein auf Erden, lässt mich zu einem besseren Menschen werden. Heute will ich an dich denken und dieses Gedicht dir nun schenken. Ich liebe dich nur ganz allein, drum lass mich in dein Herz hinein. Dort will ich wohnen dann für immer, brauch nur ein ganz kleines Zimmer. Will dann untrennbar mit dir sein und lass dich nie mehr ganz allein. Möchte mein Leben mit dir teilen, nur in deiner Nähe noch verweilen. Kann der Schmied deines Glückes sein. Du bist für immer mein. Guten Appetit.